Heute droppt ein neues Top-Tier-Ritual-Meta-Deck in Yu-Gi-Oh! Master-Duel, Voiceless Voice. Und in diesem Video gebe ich dir das Deck-Profile, einen groben Umriss, was das Deck tut und zeige dir One-Card-Kombos. Legen wir direkt los, nachdem du likest und subscribest. Vielen Dank. Das ist hier mein Deck-Profil für das neue Voiceless-Voice-Ritual-Thema. Und ihr seht es direkt auf den ersten Blick, einige OG-Hasen unter euch werden die Karten nämlich hier erkennen. Das sind nämlich Retrains von alten, ganz, ganz alten Ritual-Karten, die früher aber richtig schlecht waren. Das war dann ein Ritual-Monster ohne Effekte. Jetzt sind es im Prinzip ein ganz komplett neuer Archetype mit richtig krassen Karten. Mehrere One-Card-Kombos, die auf Negates enden und Targeting-Protection. Du kannst in dem Deck um Nibiru herumspielen, hast Platz für dein Extra-Deck, kannst es bauen, going first oder second. Dein Haupt-One-Card-Starter ist hier Low, the Prayer of Voiceless Voice. Sie beginnt deine kompletten Plays und worauf du enden möchtest, ist hier Skull-Guardian-Protector of Voiceless Voice. Das ist im Prinzip ein Negate mit einem richtig großen Body. Hat 4100 ATK und zusätzlich möchtest du dann noch auf deinem Spielfeld haben Barrier of the Voiceless Voice. Während du Low, also deinen One-Card-Starter kontrollierst, können deine gegnerischen Monster halt nicht angegriffen werden, außer deine Ritual-Monster. Und wie wir uns noch erinnern, der hat einfach mal 4100 ATK, den will man nicht wirklich angreifen. Und zusätzlich kann dein Gegner Licht-Monster nicht wählen. Das war der grobe Überblick. Spring dir schon mal direkt rein in eine Kombo, damit du besser verstehst, worum es hier geht. So, die Test-Hand beginnt mit The Low Prayers of the Voiceless Voice. Die Karte ist insane. Wenn ich die Norme summon, aktiviere ich ihren Effekt und platziere einen meiner permanenten Voiceless Voice Karten auf dem Spielfeld. Man höre, platziere, spielt also um Ash Blossom herum. Perfekt. Wir nehmen die Karte, die ich euch eben gerade erläutert habe, The Barrier of the Voiceless Voice. Wir aktivieren den Effekt, nicht nur protectet sie unsere Monster vor Angriffen und Targeting-Effekt, sondern hat noch den Going-First-ultranützlichen Effekt, dass sie uns hier ein Voiceless Voice Monster auf unseren Friedhof dumpt. Oder eine Karte generell. Wir entscheiden uns hier immer für Saphira. Entschuldigung, dumpt nicht auf den Friedhof, sondern addet uns auf die Hand. Und dann dumpen wir mit ihrem eigenen Effekt Saphira auf den Friedhof plus einen Ritual-Spell. Und adden uns dann ein Monster auf die Hand, ein Ritual-Monster. An der Stelle nehmen wir jetzt den Skull-Guardian, das ist schon der Negate. Also ihr seht, die Kombo ist relativ kurz und einfach. Dann aktiviere ich hier Saphiras Effekt mit Friedhof. Wir können Saphira vom Friedhof verbannen und dann eine Ritual-Beschwörung machen. Und jetzt denkst du dir, wait a minute, Ritual-Beschwörung, du hast hier nur ein Level-1-Monster. Ja, Low hat nämlich den coolen Effekt. Nicht nur platziert sie uns eine Voiceless Voice-Karte auf dem Spielfeld, sondern wenn ich einen Licht-Ritual-Krieger oder Drachen-Ritual-Summon machen möchte, was ein Monster braucht, dann kann ich sie als komplettes Material benutzen. Das heißt, wir summonen jetzt unseren Skull-Guardian. Und der hat jetzt schon 4100 ATK und dann passieren jetzt hier ein paar Chains. Chainlink 1 Skull-Guardian, Chainlink 2 Low. So, Low kommt nämlich zurück aufs Feld. Das ist wichtig für die permanente Zauberkarte, weil Low muss auf dem Spielfeld sein. Also das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen sagt die Karte auch, dass man nur die Ritual-Monster angreifen kann. Das protectet das so ein bisschen. Und Skull-Guardian on Summon sucht uns auch nochmal eine Karte. Und wir nehmen hier Sauravis, The Ancient and Ascended. Die Karte kann man später Ritual Summon. Prayers of the Voiceless Voice hat hier nämlich im Friedhof den wunderschönen Effekt. Wenn ein Licht-Ritual-Monster das Spielfeld verlässt, kann ich diese Ritual-Zauberkarte in meinem Friedhof verbannen. Und dann ein Sauravis oder ein Saphira oder ein Skull-Guardian von meinem Hand- oder Deck-Specialen, indem ich seine Summoning-Condition ignoriere. Einfach perfekt. Das heißt, den Sauravis könnte ich auch einfach vom Deck-Specialen. Und was den in der Hand so cool macht, denn er hat einen richtig stabilen On-Field-Effekt, aber auch einen Hand-Trap-Effekt. Wenn mein Gegner einen Karten-Effekt aktivieren sollte, der einer meiner Monster targetet, kann ich die Karte abschmeißen und den Effekt negieren. Wir sind eh vor Targeting-Effekts beschützt durch die Karte, aber sagen wir mal, er sollte die Karte outen und kann dann anfangen, unsere Monster zu targeten, könnten wir das potenziell nochmal beschützen. Und sein On-Field-Effekt ist eh crazy, wenn mein Gegner was specialt, Quick-Effekt, auf die Hand zurückbouncen und negiere den Special Summon. An dieser Stelle könnte man theoretisch schon stoppen, was man aber lieber machen will, und da musst du halt aufpassen, ob du schon vorher ein bisschen gekombot hast, möchtest du in Nibiru reinspielen, ja oder nein? Die Base-Kombo mit Low spielt nicht in Nibiru rein. Wir machen hier noch Dino-Mondo. Wir aktivieren nicht sein On-Summoning-Effekt, Going-First, aber es ist eine potenzielle Going-Second-Option, denn wenn er gelingt-summonet oder wenn er gespecial-summonet wird, wähle ich eine Karte auf dem Spielfeld und ein Ritual-Monster im Friedhof und schaffe sie in die Decks zurück. Das heißt, Going-Second kann die Karte ganz gut karten, einfach outen. Ja, wir aktivieren jetzt den Effekt nicht, denn er hat einen Quick-Effekt in der gegnerischen Phase. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die End-Phase und sagen wir mal, unser Gegner macht irgendwas. So, dann aktiviere ich Dino-Mondo und packe ihn auf dem Friedhof zurück oder er attributet sich und dann specialen wir den Skull-Guardian zurück. Wir specialen ihn aufs Feld. Das triggert dann wieder Low im Friedhof, die sich dann wieder zurück specialen wirkt. Und Low on Summon triggert wieder den Effekt, um eine permanente Zauber oder Falle von Voice-to-Voice auf unserem Feld zu tun. Die Barriere haben wir ja schon, die uns protectet. Wir nehmen jetzt hier an der Stelle die Trap. Die ist auch super cool. Du kannst entweder ein Licht-Ritual-Monster oder einen Ritual-Spell von Hunt oder Grave ins Deck zurückschaffeln und dann eine Voice-to-Voice-Karte searchen. Oder wählst Karten in Anzahl der Ritual-Monster, die du kontrollierst. Krieger oder Drachen, aber das sind die halt alle einfach. Und zerstörst dann die Anzahl an Karten, die du kontrollierst. Also wir haben hier an der Stelle halt einfach nur eins. Das heißt, wir wählen eine Karte, die der Gegner kontrolliert. Und zerstören dann die Karte plus diese permanente Trap. Das heißt, das sind mehrere Interruptions, die wir hier auf dem Board einfach haben. Und das alles mit nur einer einzigen Karte. Das heißt, der Rest könnte Hand-Trap sein oder einfach Extender, die wir noch zusätzlich spielen könnten. Ich zeige dir jetzt noch eine zweite One-Card-Kombo, die sehr ähnlich aussieht, aber damit du siehst, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Die zweite One-Card-Kombo ist hier mit Divine of the Herald. Ich normal beschwöre sie, weil ich sehe schon die Kommentare, die dann sagen, öh, warum ist die Karte hier drin, die sich mit den Deckthemen einfach noch nicht so auskennen. Dann, so, Trias, den können wir nämlich im Friedhof aktivieren, Tribute and Divine of the Herald. Sie übrigens auch eine perfekte Going-Second-Karte, wenn du noch mehr Extender in deiner Hand hast und diesen Effekt hier nicht machen musst unbedingt, den sie jetzt macht. Dann könntest du nämlich auch einfach aus dem Extra-Deck Elder Entity Intis auf den Friedhof schicken und das poppt dann eine Karte wiederum. So, kleine Anekdote hierzu auf jeden Fall. Also, das Deck ist auch ganz gut Going-Second. Das ist nicht nur so ein Going-First-Wombo-Combo-Strategie. Das hat auch wirklich die Möglichkeit, Second zu gehen. So, dann triggert nämlich Diviner und das ist jetzt der wichtige Effekt. Wenn sie getributed wird, dann darf man ein Level-2 oder Lower-Fee-Monster aus dem Deck specialen. Und jetzt kommt Low und jetzt beginnt so im Prinzip dieselbe Strategie wie gerade eben. Also, Low-Effekt, holt uns das, die Karte aktivieren wir, die Barriere und suchen uns Saphira. Saphira-Effekt auf der Hand, dump sie plus den Ritual-Spell, was uns dann ein Ritual-Monster adden lässt. Jetzt aktivieren wir Saphira im Friedhof, banischen sie, Ritual-Summon sie oder ihn und benutzen Low als komplettes Material, was dann wieder Chainlink-1 und Chainlink-2 verursacht. Low kommt wieder zurück, specialt, schupp-de-pupp. Und der sucht uns hier wieder, je nachdem, was du halt schon hast, ne? Also hier zum Beispiel der Sauravis, der Dragon Sage, der ist halt ein cooler Extender. Shuffled Spells zurück, kann sich specialen. Aber wir nehmen hier natürlich standardgemäß den Sauravis, der Ancient and Descendant. Und hier könnte man potenziell stoppen, falls du mitgezählt hast. Also das ist jetzt Summon Nummer 4. Und wenn du nicht die Nibiru fürchtest, dann kannst du auch das hier machen. Finde ich persönlich ein bisschen gefährlich, weil du hast gar nichts, wenn der Gegner dich an der Stelle nippt. Aber auch hier ist natürlich die Möglichkeit mit Deinomondo hier zu enden. So, und dann ist hier wieder derselbe Spaß. Deinomondo Tributed, holt den Skull Guardian zurück. Special Effect, Low im Grave. Wieder zum Specialen. Und dann Low Effect für die permanente Trap. Das war die One-Card-Kombo. Wenn du noch mehr Insights in das Voiceless-Voice-Deck-Thema haben möchtest, dann join auf jeden Fall dem Discord, denn da sitzen die echten Profis. Also wenn du noch mehr Fragen hast zu dem Deck-Thema. Ich habe mich da heute auch erst eingearbeitet, um dir so einen Basic-Guide zu zeigen, damit du schon mal ein Master-Duel-Dest-Deck bauen kannst, damit du schon mal rein starten kannst und im Rank-Modus grinden kannst. Im Main-Deck habe ich jetzt hier keinen Spice reingetan. Wir spielen Trias, habt ihr gesehen, in der Kombo. Sauravis Dragon Sage ist halt wirklich ein Extender. Man shuffelt zwei Spells von Hand oder Graveyard zurück, um ihn zu specialen. Und wenn dann dein Gegner einen Karten-Effekt aktiviert, kann man ihn auf die Hand zurück tun und dann ein Ritual-Monster halt von Hand oder Deck wieder specialen. Also das ist auch wunderbar, um hier wieder Sauravis rauszubekommen. Saphira habt ihr gesehen, wofür sie benutzt wird. Ash Blossom Hand Trap. Divine habt ihr gesehen, wofür es benutzt wird. Max C, klassische Hand Trap. Glow ist die One-Card-Starter. Hier habe ich noch einen Platz gehabt für eine Hand Trap. Zweimal den Sauravis habt ihr in der Kombo gesehen. Den Skull Guardian habt ihr gesehen. Pre-Preparation of Rites ist natürlich insane. Geht mir einfach plus 1. Ich adde einen Ritual-Spell und einen Ritual-Monster, wo der Name direkt auf der Karte draufsteht. Spiel perfekt. In unserem Deck juckt uns das extra Deck nicht so krass. Deswegen spielen wir Pod of Extravagance und Pod of Prosperity. Man könnte das Deck, ja, ich habe ja das auch schon ein paar Mal erwähnt, also das Deck ist ganz decent, Going Second. Das heißt, wenn du unbedingt willst, könntest du zum Beispiel auch eine Going Second Variante bauen. Zum Beispiel mit Super-Poly drin. Und viele Karten in so einem extra Deck, wo ich gleich durchgehen werde, die jucken uns eher wenig. Hauptsache Dynamondo ist da. und Elder Entity, das sind so eigentlich die, die man hauptsächlich benutzt. Vielleicht noch eine Liner, Light Charmer oder sowas. Aber der größte Teil unseres extra Decks, da gehen wir in der Regel nicht rein, weil die Hauptpower kommt von unserem Skull Guardian und unseren Ritual-Monster, die wir in der Hand haben oder die wir beschwören. Deswegen hier unser extra Deck relativ wurscht. Kann man auch Super-Poly spielen. Kannst drüber nachdenken. Je nachdem, was du auch vielleicht schon hast oder so. Dann natürlich zweimal den Ritual-Spell. Die Karte wollen wir eigentlich eher nicht in der Hand sehen. Wir wollen es wirklich eher dampen mit Saphira. Also die Karte benutzen wir im Friedhof eher als auf der Hand. Eher ungewöhnlich für einen Ritual-Archetype, aber so ist es halt. Zwei Call-By-The-Grave-And-Crossout, die Max-T-Minigame-Classics. Die Karte habe ich jetzt im Combo-Guide nicht gezeigt. Blessing of the Voices Voice haben wir auch nur einmal drin. Ist so ein bisschen, wenn das Game ein wenig länger geht. Also ist deswegen nicht Teil der One-Card-Combo, weil die Karte mir gebannte Karten zurück in mein Spiel holt, in mein Deck, auf meine Hand holt. Deswegen, wenn du länger grindest und dann langsam die Saphiras alle gebanished sind, dann kannst du die damit zurückholen. Dann natürlich Barriere of the Voices Voice, drei Imperm und die permanente Trap. Im Extra Deck ein Elder Entity Intis. Der Rest ist komplett egal. Ich habe hier Chaos Angel, Herald of Arclight, Typhoon, Goddess, Axis Code, Dino Mondo dreimal schon wichtig, wenn du Port of Extravagance spielst. Wenn du die Karte nicht spielst, brauchst du den auch nicht dreimal. Ich habe hier zwei Lina drin, weil ich dann auch für die 15. Karte nicht mehr wusste. Kannst du reinpacken, was du willst eigentlich. SP Little Knight, wenn du gehandrapped wirst, zwei Monster ergibt eine Interruption. Das ist ganz okay. Secure Gardener, Link Kuribu, Lo ist ein Level 1 Monster, kann man benutzen. Der ist Going Second auch ganz decent, der Relinquished Anima, weil Lo ist halt ein Level 1 Monster, könnte man damit machen. Aber wie gesagt, die Power kommt nicht aus dem Extra Deck. Hier ist wirklich viel Spielraum für das, was du hast. Ob du ein bisschen mehr Budget haben möchtest, also hier sowas wie Access Code Underworld, und ich glaube, das wird man ganz, ganz selten, eigentlich nie machen. Deswegen ja, ist hier viel Spielraum für dich zum Experimentieren. Das war mein Voice is Voice Deck Profile und Combo Guide. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dir einen Einstieg gegeben hat in das Deck, dann lass doch ein Like und Subscribe, da würde ich mich mega drüber freuen. Wenn du noch mehr Hilfe für das Deck baust, dann join dem größten und besten Master Duel Discord Deutschlands. Fast 1400 Member und alle gewillt, dir bei deinen Fragen zur Seite zu stehen. Und wenn du noch mehr von mir sehen willst, dann kannst du dir gerne meinen Kanal abonnieren und da dir die Master Pack Challenge anschaue, wo ich versuche, nur mit Master Packs in den Yu-Gi-Oh! Ranked Riot reinzugehen oder schau dir doch die Secret Pack Challenge an, wo ich gegen deinen Lieblings Yu-Gi-Tuber oder Streamer in einem epischen Duell versuche, mich zu behaupten. Wir dürfen dabei nur die Secret Packs benutzen und die Karten, die wir spinnen. Ja, was da dann dabei resultiert, ist gigawitzig, auf jeden Fall lohnenswert zum Anschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.